Hallo guys, mein Name ist Claudia. Am Freitag kam ich zu diesem Seminar total gestresst und zu diesem schamanischen Seminar. Es war das erste. Ich fühle mich heute glücklich, zufrieden, in Frieden. Ich habe viele wichtige Dinge gelernt, Rituale, wie ich aus bestimmten Situationen herauskomme, alle aus meinem Leben, die mich stressen, die mich krank machen. Ich bin sehr dankbar. Wir haben viele praktische Übungen gemacht, viele Rituale praktizieren, sind eingetaucht in eine heilende Welt mit dem Ziel Frieden, Liebe, Gemeinschaft, Gesundheit. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier war.